If you got it bad, like I got it bad for you, if you got it bad, like I got it bad for you Guten Morgen! Boah! Ich sehe müde aus. Bin ich auch ganz dezent. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich hoffe es geht euch gut und ich hoffe ihr seid motivated. Caro ist wieder back with the long hair und ich möchte dafür jetzt nicht gehatet werden, ja? Ich habe die TikTok Kommentare gesehen, ich war darauf eingestellt, ich bin nicht happy mit dieser Situation. Weil ganz viele so sagen so, ja, warum hast du das gemacht, wenn du deine kurzen Haare so liebst, wieso hast du die dann wieder lang gemacht? Ja, ich liebe schwarze Klamotten, aber ich trage halt auch manchmal ganz gern weiße Klamotten. Und abgesehen davon habe ich jetzt in der kommenden Zeit ein paar Shootings und ich fühle mich einfach wohler mit langen Haaren und ich muss mich auch dafür gar nicht rechtfertigen. Ich wollte es jetzt nur noch mal sagen und dann wird das Thema durch. Wir love bows und ich muss wirklich sagen, dieses Mal ist es mir auch schwerer gefallen, die Haare wieder so lang zu machen. Und ich muss sagen, als ich bei Diego saß, wollte ich sie auch gar nicht so lang, sondern eher so. Aber es ist jetzt einfach so passiert. Es ist einfach so passiert. Ja, wie geht es euch? Seid ihr motivated? Heute ist Freitag, ich mache mich jetzt ready. Ich habe ja diese reusable Dinger da bei Etsy gekauft und die sind auf mich aufmerksam geworden durch das Video. Und ich habe zwei große jetzt bekommen, einmal Conditioner und einmal die Maske. Und ich finde, das macht sich hier hinten in dem Bad richtig schön. Da sind noch Bergheißzeug. Dafür brauche ich auch Refill-Dinger, damit das alles aesthetically pleasing ist. Also ist meine Überlegung, dass ich entweder hier Bergheißzeug reinmache, dann haben wir jetzt zweimal Maske und Conditioner. Oder ob ich mir ein neues Label besorge oder was auch immer. Auf jeden Fall sind die richtig gut. Ich habe damit jetzt auch schon geduscht. Die Quaddi ist toll. Das ist Glas. Also jetzt nicht nur Plastik und so. Genau, lassen wir jetzt ein Outfit finden für heute, denn jetzt Workday. Also, ich ziehe heute einen Leggings an. Ich weiß nicht, ob man auf der Kamera irgendwas sieht. Ich ziehe diesen Bra an. Das ist einer von Intimissimi. Den finde ich richtig gut, weil der super, super weich ist. Ich habe mir so einen ähnlichen von Skims gekauft. Der hat aber keinen Bügel. Und ich wollte halt auch einen für den Alltag mit Bügel. Und den finde ich richtig gut. Den habe ich in einer Größe 75D und es funktioniert okay. Dann ziehe ich dieses Top an. Das ist das von Skims, was ich euch in meinem Skims Haul gezeigt habe auf TikTok. Und dann wollte ich diese Jacke hier von Dejerf Avenue anziehen. That is my plan for the day. Fühlen wir das gut? Ich finde es ganz cute. So, ich mache mich jetzt ein bisschen ready, weil ich habe nicht viel geschlafen heute. Und heute wird auch wieder ein langer, langer, langer Tag. Deswegen will ich ein bisschen presentable aussehen. Ich werde mich jetzt ein bisschen schminken. Hi. Äh, ich bin da. Ähm, okay. Kommst du? Mhm. FML. Kennt ihr das, wenn Leute euch anrufen? Also erstmal crazy, dass Dejer mich jetzt abholt mit dem Auto. Das ist ja schon crazy. Oh mein Gott, bin ich so heiß? Ich muss jetzt Speedy Gonzales Level machen, Leute. Das geht jetzt nicht anders, ne? So, das ist ja schon crazy, dass Dejer mich abholt, ne? Aber, dass ich jetzt schon wieder zu spät bin, ist nicht crazy. Are we surprised? Not freaking really. Zum Glück bin ich ja auch mit der Chef, also wir werden ja auch zu spät kommen. Ich wüsste schon immer pünktlich zu sein, weil es ist ja auch ein gutes Vorbild sein. Aber ich habe heute Nacht den Mädels schon geschrieben. Also ich werde tendenziell ein bisschen zu spät kommen. Jetzt sind es auch nur 20 Minuten. An so Tagen, wo das Make-up schnell gehen muss, da brauche ich eigentlich nur Concealer. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso ich eine BB-Creme benutzt habe. Aber eigentlich brauche ich nur Concealer, Augenbrauen, Blush. That's the vibe. So, und jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Wie ihr wisst, bin ich ein Fan von diesen gelifteten Augenbrauen, aber auch nicht too much. Ich mag das nicht, wenn das so bushy, bushy, bushy ist. Ich habe euch ja schon mal den Tattoo Brow Lift vorgestellt. Und da habe ich ja zwei verschiedene Farben gehabt. Einmal das Clear und einmal den Braunton. Und den hier benutze ich jetzt. Also erster Schritt ist, die Haare hochkämmen. Und der teilt auch die Haare so richtig gut. Ich versuche mich noch ein bisschen näher ran zu nehmen. Und dann gehen wir mit dem Wachs, sozusagen mit der Wachsfarbe rein. Den gibt es halt auch in verschiedenen Farben. Und der hält auch den ganzen Tag. Also ich finde die richtig gut. Ich mag das total gerne, wenn das so natürlich an so einem natürlichen Day ist. Keine Sorge, das müssen wir gleich noch auskämmen. Und dann gehen wir wieder mit dem Bürstchen rein und kämmen die Haare hoch. Und jetzt seht ihr auch, wie krass die geteilt sind. Also das, seht ihr das? Das ist so geil, ohne die Haare so richtig zu verklumpen oder so. Weil das mag ich überhaupt nicht, wenn da so ein weißer Film über den Augenbrauen ist. Und das geht super schnell. Also normalerweise struggle ich ja ein bisschen mit meinen Augenbrauen. Aber schaut euch mal an, wie schnell das jetzt ging. Das ist einfach absolut iconic. Was ich jetzt so schön daran finde, es ist halt natürlich geliftet. Ohne dass es so boom chakalaka in your face ist. Und das mag ich total gerne. Also wenn ihr so ein bisschen eure Augenbrauen zupft, dann ist das eigentlich voll gut. Weil ihr dann praktisch nur noch ausfüllt und so. Und ich werde euch das mal in der Infobox verlinken. Weil ich einfach so krass davon überzeugt bin. Und ihr habt es ja letztes Mal gesehen. So sieht der clear aus. Also für alle, die natürlich volle Augenbrauen haben. Und eigentlich gar nicht so viel nachmalen müssen, ist der clear einfach perfekt. Ich habe das auch, ich benutze den an so Tagen, wo ich gar kein Make-up benutze. Einfach um die Augenbrauen so ein bisschen zu formen. Aber für alle, die nicht so volle Augenbrauen haben, so wie ich. Die es ein bisschen nachmalen müssen, ist das einfach 1A. Danke Maybelline, dass ihr diesen Part von dem Video gesponsert habt. Und ich mache jetzt schnell Blush drauf und dann gehen wir los. Bist du ne müde Babymaus, Burbellini? Bist du das so gemütlich in deinem Hundesitz? Leute, I'm in the car. Also ich habe echt nur noch Blush drauf gemacht und ein Lip Gloss. Lip Oil. Und schau, wer wir hier haben. Hakona Petwana ist driving the car. Hakona Petwana is driving the car. And you are driving too fast. So ich nicht. Die Doja fällt mich jetzt auf jeden Fall zu meinen Eltern ins Büro. Und wir werden uns da sehen. So Leute, ich habe mir für den heutigen Vlog gedacht, dass ich bzw. wir euch so ein bisschen mehr behind the scenes nehmen. Und euch zeigen, was wir an einem typischen 99 Friday Day tun. Und dass jeder so ein bisschen erzählen kann, was er so macht. Eigentlich wollte ich auch, dass mein Papa was sagt. Aber der ist wegen 99 und mit unserem Head of Design in Portugal. Fabriken, sourcen, Stoffe anschauen, mit unseren Produzenten quatschen und 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 und. Wenn der noch kommt heute, dann besprechen wir das. Was wir immer als allererstes machen, wenn wir uns ein bisschen eingegroovt haben. Dass wir erstmal besprechen, was heute alles ansteht. Wir benutzen da so ein tolles Programm. Das Notion. Das hat die Cheyenne hier eingeführt. Und genau, dann steht da hier alles drauf, was wir sozusagen durchgehen. Fiona will jetzt mal ein paar Punkte aufzählen, die wir heute besprechen müssen. Also ganz gut. Sollen wir sowas jetzt schon sagen oder ist das ganz schön? Ne, das ist nicht so. Also wir können ja sagen, wir planen eine Aktion, die in den nächsten Wochen kommen soll. Das ist sehr wichtig. Das steht heute ganz oben auf der To-Do-Liste. Dann wollen wir unser Multifunktionszimmer nochmal ein bisschen aufräumen, überarbeiten, weil da sieht es ein bisschen causch aus. Da wird alles reingestellt und dann... Das wird meine Aufgabe. Also Multifunktionszimmer ist eigentlich vor meiner Mama so Bügelraum und da war ein Bett drin, wo Gäste schlafen können und so. Aber das wurde jetzt komplett ins 99-Lagerung transformiert und da muss ein bisschen Klärschutz gemacht werden. Und wir müssen heute das ein bisschen mit den Models klären für die nächste Kampagne, die ansteht. Und generell der Add-Ons auch heute noch machen. Zu dem Shooting und allem drum und dran. Und genau... Ah, mein Papa kommt erst um 23 Uhr nach Hause. Also... Mega. Ich wollte eigentlich, dass der hier auch mal ein bisschen was sagt, aber das... Nächstes Mal. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich fühle mich, als ob ich jetzt ein Referat halte. Ja, mach mal. Also... Die Fiona und ich, wir machen jetzt die Party Season Seite. Ich darf das jetzt sagen. Ja. Das ist online. Wenn ihr das Video jetzt seht, dann könnt ihr auf unsere Website gehen. Und da haben wir eine Kategorie eingerichtet für die Party Season, damit man, wenn man jetzt bald wieder mehr rausgehen kann und so... Ähm... Ja. Haben wir ein paar Artikel uns rausgesucht, die wir rabattieren können. Und... Dann könnt ihr die Party Season starten. Genau. Und wir machen jetzt... Wir bereiten jetzt die Stories dafür vor. Den Newsletter und die Party Season Seite. Auf der ihr dann eben die ganzen Inhalte sehen könnt. Und Sophie und Caro arbeiten gerade an einem Secret Project. Das lieben alle, wenn man das immer sagt, ne? Ja. Das wird auf jeden Fall richtig krass. Und deswegen solltet ihr alle weiterhin 99 verfolgen. Weil das, was jetzt kommt im Sommer, das erwartet niemand. Ähm... Ähm... Wie riechst du heute? Wie riech ich heute? Du riechst anders als sonst. Ja. Ist gut oder schlecht? Ich riech lecker. Was sagst du? Ich hab's noch nicht gewonnen. Aber du hast doch letztes Mal gesagt, dass man jemanden immer mal fragen kann, nach was er riecht. Ich riech nach Mantal. Welches? Du riechst mal raus. Ja. Ähm... Kannst du mal raus stellen? Ja. So, damit ihr mal so ein bisschen wisst, was so hinter den Kulissen auch passiert. Also wir haben eine Kollektion, in der wir jetzt schon länger dran sitzen. Und haben für die so ein Oberthema-Slogan. Und jetzt haben wir bei mehreren anderen Brands Fast Fashion auch gesehen, dass sie das auch schon so benutzen. Aber auch erst gerade erst. Also wir haben uns das schon vor einer Weile überlebt. Sind da in der Umsetzung. Und jetzt machen das irgendwie gefühlt alle. Genau. Und deswegen machen wir das jetzt nicht mehr, was halt super blöd ist. Wir wollten das halt so branden mit so einem... Mit so einem Slogan halt. Wie so... Nicht so... Nicht ein Quote. Ist das so ein... Thema halt. Thema. Genau. Und dazu haben wir uns halt schon verschiedene Dinge überlegt und waren da schon am Samplen und und und. Ähm, aber da wir jetzt gesehen haben, dass das teilweise halt hier in Deutschland auch jetzt immer größer wird, können wir das halt nicht machen. Und jetzt müssen wir sozusagen das ganze Konzept ändern. Bedeutet nicht, dass die Teile dann nicht mehr so sind, wie sie eigentlich sind. Aber es ist halt schwer, sich für die gleichen Teile wieder eine gute Storyline zu überlegen. Ja. Weil das muss ja auch alles irgendwie Hand und Fuß haben. Wir wollen nicht einfach nur einzelne Teile releasen. Sondern das soll schon so ein Gesamtbild haben. Ja. Das fuckt halt ab, weil wir das halt schon so vor Monaten, ähm, ausgearbeitet haben. Und das halt alles so fest stand. Aber dadurch, dass, ja, andere Brands halt schneller sind als wir, können die das halt... Konnten die das halt schneller machen. Ja. Mega. Mega. So, und jetzt überlegen wir, was wir essen. Snigy. Hallo, bist du so süß. Hallo, guten Morgen. Bist du hier am Schlag? Was ist das denn? Hallo. Hallo Pingy. Hallo Pingy. Hallo Pingy's Dingy. Ja. So Leute, wir haben jetzt Mittagessen geholt. Und zwar Böner. Ich hab echt Hunger. Ich auch. Wir waren alle so... Können wir jetzt schon was essen? Das ist halb eins. Ja. Und deswegen fahren wir jetzt wieder weg. Das ist hier das Festmahl. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir uns was Neues überlegen. Mhm. Für... Unser bescheitertes Konzept. Genau. Boah, das klingt so traurig. Ja. Und jetzt müssen wir halt alles neu machen. So Leute, die Sophia erzählt euch jetzt, was wir machen. Was wir jetzt machen? Ja. Ach so, unsere Zettel. Die Cheyenne hat für uns einen wunderbaren Hot Chocolate gemacht, weil das Craving war hart. Und wir alle richtig schön. Okay. Thermal. Also, die Fiona hat von einer ganz tollen Idee erzählt, dass wir, wenn wir jetzt was Neues überlegen für unser gescheitertes Konzept. Und die Fiona hatte so eine Idee, dass einer anfängt auf dem Zettel was zu schreiben. Und dann muss jeder, der danach kommt, sich was passendes dazu und dann wieder dazu und dann wieder dazu überlegen. Und so kommen wir vielleicht auf eine gute neue Idee, weil wir sonst so ein bisschen am... Paniken sind. Ja. Ich hoffe übrigens, dass das für euch interessant ist, weil ich habe auf Insta halt gefragt, ob ihr mehr Behind the Scenes sehen wollt. Und das war so eine krasse Response. Und wir sitzen halt hier die ganze Zeit auf demselben Platz. Also, so spannend ist es halt nicht. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass ihr Bored seid. Aber... Wir können jetzt so ein bisschen Kini-Sneefig zeigen. Nur Farbe oder so. Mhhh. Wenn ihr ein bisschen hyped für Sommer seid. Mhhh. Da steht ja schon fest und da können wir eigentlich auch mal... Ja, später wenn wir hochgehen, können wir da was zeigen. Mh. 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 Oh, die ist doch voll hübsch. Ja, die ist süß. Ich finde die richtig ästhetisch. Das war auch diese Mengen-Kreditierung, glaube ich, für alles in diesem Office. Das hat nicht Euro gekostet. Das war hier, Schnäppchen. So, hier haben wir so ein paar Sorten mitgeschickt gekriegt. Was möchtest du denn, Fajormain? Oh, was gibt's hier denn Tolles? Das mit dem roten Punkt ist immer dekaffeinat. Ja, das auf jeden Fall schon mal nicht. Stockholm ist fortissimo. Ich nehme fortissimo. Okay, ich nehme wie Walto. Okay. Marcia, da seht ihr unser Kaffee aus. Das war ja jetzt so eine mega Errungenschaft, die du im Office findest. Ich find's so geil. Lietes. Guck jetzt mal, was ich euch hier schon zeigen kann. Da sind Swimwear Samples drin, für die neue Bikini-Kollektion. Ich weiß nicht, ob das schon zu viel ist. Aber... Kann jemand das jetzt sagen? Ohhhh. Also wir sagen halt nichts mehr. Das spricht von sich. Und dann könnt ihr euch, glaube ich, auch schon einen fertigen Bikini zeigen. So, und das ist jetzt auch schon ein Sweet Peek zu einem der neuen Modelle und einer neuen Farbe auf einmal. Mehr können wir jetzt auch noch nicht zeigen, weil sonst wisst ihr ja schon alles, was kommt. Aber wir hoffen euch gefallen, die neuen Teile. Genau. Und das Schweinchen. Perfekt. Genau. Hallo. Muss du mal im Mittelpunkt stehen? Ja. Die Antwort ist ja. Muss ich. Der guckt mich nicht so an. Ich kann dir da jetzt auch nicht helfen. Also, ja. Auf jeden Fall haben wir uns sehr gefreut über diese Farbe und über dieses Modell. Das ist nämlich eine richtig besondere Farbe. Die habe ich auch noch. So, Leute. Cheyenne und ich suchen gerade so ein bisschen mein Outfit für das Event in Paris aus. Und wir haben uns jetzt hierfür entschieden. Das ist Outfit Nummer eins. Und dieses Mal gehen wir prepared nach Paris. Wir werden alle Outfits durch überlegen und Basic-Teile mitnehmen, damit es da keinen Mental Breakdown gibt. Sieht sehr gut aus. Also, ich glaube, ich werde die Schuhe öfters anziehen. Einfach weil wir die Klamotten recyceln und nicht immer nur einmal anziehen. Meine Idee war vielleicht für das Event-Dinner-mäßig das Kleid anzuziehen mit der Strumpfhose, mit den Heels. Und dann, wenn wir am Samstag oder Sonntag essen gehen, dass ich dann vielleicht so ein Mini-Rock dazu anziehe. Oder so ein Mini-Kleid. Aber schlichter. Ja. Aber dann hatte ich zweimal den selben Lux auch geblüht. Nee, warum? Du kannst ja auch eine Strumpfhose anziehen. Da ist es zu kalt. Ich weiß das. Es bockt mich eigentlich nicht, ob es zu kalt ist. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein fancy Outfit. Das nehmen wir so, wie es ist mit. Yes. Gut. Und dann mit den Mach-Machs. Ja. Kommst du dran? Hör! Hier. Ich reibe mich an den Tour. Äh, an das Pussy-Talk. Das ist ja auch ein schicker Bein. Ja. Sehr süß. Ist die zu klein? Nee. Die passt perfekt. Das Wartei hätte man nur noch auswählen können. Wegen den Bobs. Ja, okay. Aber das sieht man nicht. Okay, jetzt sieht man es. Vielleicht könnte ich einen anderen BH oder Kern-BH runter anziehen. Oder ich mach sie dazu. Das sieht echt schön aus. Aber mit den Schuhen sieht es schon sehr stunning aus. Ja. Für so ein Picture ist das eigentlich auch ganz weiß. Mhm. Okay, dann ist das hier eine Picture-Option. Ja, okay. Aber... Merkst du selber, ne? Hm, ich bin jetzt irgendwie anders. Ich fände die eigentlich ganz geil, wenn ich so ein basic enges weißes oder schwarzes Kleid anhaben würde. Findest du? Ich finde, da muss oben auch irgendwas... Echt? Spektakuläres dazu. Wow. So Leute, ich bin back vom Nagelstudio. Ich zeig euch mal meine Nägel. So sehen die aus. Beige. Ich habe sogar überlegt, ob ich rot drauf mache und meine Hände sind gerade zu verschrumpeln, weil ich Fake-Tan drauf habe. Und ich bin so obsessed mit diesem Duft. Good Girl Gone Bad von Kilian. Boah, wenn ihr das riechen könntet. Und der Flacon. Moment. Der ist einfach so luxurious und schön. Und der Duft. Der riecht so frisch. Ich nehme ihn auf jeden Fall mit nach Paris. Passt ja auch Kilian Paris. Das ist auf jeden Fall ein Duft, den ich mitnehme. Und ansonsten ist hier absolute Packing Madness. Aber ich denke, ich bin very good dabei. Ich bin todesmüde. Ich werde jetzt gleich mein Fake-Tan abwischen. Burwell ist gerade nach Hause gekommen. Bist du ready for Paris? Immer, wenn alles ready ist, weißt du. Auf was freust du dich am meisten? Ich weiß noch, mein Leben ist ein Actionfilm. Ich muss immer ready sein. Aber worauf freust du dich am meisten? In Paris? Ja. Boah, das ist ganz einfach. Schlendern. Keine Touristenwaffe machen. Nur ein bisschen Schlendern. Die Stadt angucken. In einen Kaffee setzen. Aufstehen. Und wieder in einen Kaffee setzen. Und was mit shoppen? Shoppen ist anstrengend. Vor allem, wenn ich mit dir bin. Es gibt doch eh nur einen Laden, wo wir hinwerden. Kann man nach? Machen so ein TikTok. Das heißt dann, are you happy to be in Paris? Und dann ist es ironisch, weil du... So sarkastisch oder was? Weil ich nur mit dir shoppen bin oder wie meinst du? Oh, das ist eine gute Idee. Schluss ein Fakt. Der Anfang. Ja, ich gehe jetzt duschen. Ich hoffe, ihr freut... Soll ich vloggen in Paris? Oder... Machst du mal? Ja? Dann vloggen wir, Leute! Wir sehen uns dann eigentlich morgen. Bye!